Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Kanal-Update und bevor ich die ganze Woche überhaupt kein Video poste, dachte ich mir, machst du jetzt endlich mal eins so ein bisschen aufzuklären, wo ich eigentlich bin. Ja, weil das letzte Video ist jetzt eigentlich Montag das Opening gewesen und sonst habe ich jetzt erstmal diese Woche überhaupt nichts geuploadet. Wird sich ändern, hoffentlich. Kommt ganz drauf an, wie es jetzt heute läuft oder morgen sozusagen. Ich nehme das Video halt am Freitag auf und ja, morgen oder heute sozusagen am Samstag ist Locals normalerweise bei Olli. Da werde ich jetzt mit dabei sein. Ich hoffe, da wird noch ein Platz für mich dabei sein. Dann würde es morgen wieder Sonntags Locals geben, also erstmal dann wieder ein richtiges Video. Dass ich so wenig Videos drehe seit, boah, etwas mehr als einer Woche liegt daran, weil ich extrem busy bin, sehr stark eingebunden bin, sehr viel arbeite zurzeit, also immer in meinem regulären Job. Und dadurch halt nicht so viel Zeit finde, überhaupt YouTube-Videos zu drehen. Wenn ich hier überhaupt zu Hause bin, dann spiele ich zwar DevPro, aber ich spiele dann eher competitive. Also ich bereite mich auf die YCS vor, die nächste Woche ist. Und habe da eigentlich keine Lust, Videos selbst, also auch für YouTube dann aufzunehmen. Ich will dann einfach schnell ein paar Games machen und mal gucken, wie es mit dem Deck läuft und dann halt immer anpassen. Je nachdem, ja, was ich besser oder was ich schlechter finde in dem Deck und dann das halt anpassen. Oder wenn ich halt wieder zu Hause bin, dann spiele ich einfach ein bisschen Musik hier, Gitarre. Einfach nochmal ein bisschen den Kopf freizukriegen, weil es doch einfach sehr stressig ist. Und ja, letztes Wochenende habe ich komplett Wochenende gemacht. Habe einfach gesagt, ne, ich mache gar nichts. Kein YouTube, kein gar nichts. Ich hatte halt nur das Opening gemacht, weil ich halt Geburtstag ja hatte an diesem Montag. Ähm, da nochmal dazu vielen, vielen Dank für die atemberaubende Anzahl von Glückwünschen. Das war, äh, hatte ich jetzt nicht so erwartet, weil ich das Video jetzt auch nicht wirklich irgendwie besonders gelabelt habe und es ein ganz normales Random Pack Opening eigentlich war. Vielen Dank dafür und vielen Dank für das positive Feedback und vielen Dank für schon fast 3000 Abonnenten. Wenn es so weitergeht, ist es vielleicht schon Ende dieses Wochenendes über 3000. Ähm, das Wachstum zur Zeit ist ein bisschen heftig, finde ich, ähm, also weil ich jetzt halt zur Zeit nicht so viel hochlade, verwirrt mich das halt, weil warum geht das jetzt so hoch? Aber vielleicht hat sich das auch irgendwie verdient dafür, dass ich es halt am, ja, letztes Jahr halt so viel an dem Kanal gemacht hatte. Ähm, ich möchte euch halt nicht enttäuschen und wollte ich deswegen heute mal ein Video machen, um ein bisschen was zu erzählen, warum es eigentlich jetzt so zur Zeit läuft, wie es läuft. Ähm, ja, diese Sonntags-Locals wollten wir eigentlich zusammen mit Slash und The Envoy zusammen machen. Ähm, wir wollen eigentlich ein, ja, ein Triple Sonntags-Locals machen, fällt leider aus. Grund ist das Opening am Montag, weil das Produkt, was wir eigentlich aufmachen wollten, das wollten wir heute aufmachen, ähm, ist leider nicht angekommen. Das heißt, wir werden es später aufnehmen. Um welches Produkt es sich handelt, werdet ihr euch schon sicherlich denken können. Und, ähm, freut euch schon mal auf den Montag, auf das Opening, das wird, äh, auch richtig toll, inklusive den tollen Sonntags-Locals. Das Deck habe ich übrigens schon längst fertig, das hatte ich schon irgendwie Anfang dieser Woche, nee, Anfang letzter Woche, ich weiß gar nicht. Nee, letzte Woche habe ich ausgelassen, ich habe das schon seit über einer Woche, habe ich das Deck schon fertig und ist auch schon ready für, für morgen, oder für heute besser gesagt. Ich bin ja schon dabei eigentlich, meine Güte, ist das verwirrend, wenn man das Video am Tag davor aufnimmt, meine Güte. Ähm, genau, also ich war sehr stark eingebunden, ähm, nächste Woche wird es wahrscheinlich auch nicht so viele Videos geben. Vielleicht nochmal wirklich ein Competitive-Duel, mal selbst mit einem, ja, Metadeck würde ich vielleicht mal spielen und dann gegen ein anderes Metadeck, um mal ein bisschen so zu zeigen, halt, wie spielt man eigentlich wirklich dann im Competitive-Bereich und wie analysiert man dann die gegnerischen Spielsüge und Co. Und ansonsten wollte ich eigentlich, ich wollte eigentlich letzte Woche New Guinea-News machen, dann habe ich gesagt, Wochenende frei nehmen, dieses, diesen, diesen Freitag wollte ich das jetzt aufnehmen, habe ich gesagt, oh, das war zu viel einfach, diese Woche mache ich nicht. Nächste Woche, also diese Woche, die jetzt kommt, Donnerstag werde ich, ähm, ja, die News aufnehmen und Samstag dann zur Verfügung stellen, sodass ich während der, während ich auf der YCS bin, halt, wir dieses Video haben. Denn ich möchte auf jeden Fall noch diesen Monat eine Yugi-News haben. Mittlerweile gibt es noch so schöne News diese Woche, ähm, das, denke ich mal, wird ein tolles Video werden und ich werde das halt sozusagen am Donnerstag dann voraufzeichnen und dann halt irgendwelche Neuigkeiten am Freitag gibt, die mir werden dann halt beim nächsten Yugi-News dann, äh, ja, auftreten. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie lang das Video ist, auf jeden Fall vielen Dank für so, diese rasanten Abonnentenanstieg, wir haben auch schon fast 1,5 Millionen Views hier, ähm, unglaublich, ähm, kann ich immer noch nicht fassen und, ähm, ja, das Wachstum ist zur Zeit, what the hell, das sind irgendwie 600 oder 700 Abonnenten pro Monat, also jetzt seit den letzten zwei Wochen geht das so rapide hoch, wie ich mir das überlege. Im allerersten Jahr habe ich etwas mehr als 300 Abonnenten bekommen. Ich habe jetzt sozusagen, in zwei Wochen mache ich mehr Abonnenten, als die ich im kompletten ersten Jahr gemacht habe. Das ist schon ein bisschen okay. Ähm, ich hoffe trotzdem, euch gefällt mein Content, sonst würdet ihr mich wahrscheinlich nicht abonnieren und, ähm, ich freue mich schon auf die YCS. Nächste Woche, da wird es nochmal, vielleicht nochmal einen kleinen Kanalupdate geben, falls ihr mich treffen wollt und Co., aber das mache ich mir dann nochmal separat. Und ich wollte nochmal euch fragen, wollt ihr wieder so wie ich bei der YCS London so eine Art Vlog machen, oder soll ich einfach den ganz normalen Turnierbericht machen? Ich würde da gerne, äh, eure Meinung wissen wollen, ob ihr tatsächlich, ähm, sowas cool findet oder nicht. Wenn nicht, würde ich euch nochmal eine Beschreibung, oder brauche ich gar nicht in der Beschreibung, ich kann es euch eigentlich auch hier direkt hinschreiben, äh, das war YCS London. Genau, da habe ich ja mal sowas gemacht, so ein, sie hat zuerst so ein Vlog und dann habe ich danach den Turnierbericht so reingemacht. Wollt ihr es vielleicht auch wieder so haben oder soll es, äh, einfach nur der Turnierbericht sein? Wenn, oder nur der Vlog, vielleicht interessiert euch den Turnierbericht gar nicht. Ähm, genau, sagt mir mal eure Meinung und dann werde ich mir überlegen, ob ich dann tatsächlich sowas aufnehmen werde und, äh, ja, ich denke mal, das sollte es erstmal gewesen sein. Lange rumgelabert, ähm, ja, sollte es erstmal davon gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieser Kanalupdate gefallen. Morgen gibt's Sonntags Locals, wenn ich denn das bei Olli heute reinschaffe und, wenn nicht, dann Montag Opening. Ihr werdet wahrscheinlich schon wissen, warum es sich handeln wird, ähm, ja, mal gucken, wie die Puls sein werden. Ich hoffe, euch hat dieser Kanalupdate gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüssi.